Liebe Rüsselsheimer, einen wunderschönen Morgen. Danke für die freundliche Begrüßung. Wir freuen uns ebenfalls, heute hier bei Ihnen in Rüsselsheim zu sein. Schauen Sie sich die Situation hier in Ihrer Region an. Schauen Sie sich die Situation in der Bundesrepublik an, die Entwicklung der letzten Jahre, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Die werden feststellen, dass hier eine Politik betrieben wird, die zu massivsten Problemen, zu sozialer Armut, zu sozialer Kälte geführt hat. Sie haben es in der Hand, am kommenden Samstag, am kommenden Sonntag, Sonntag in einer Zeit Wochen, diese Dinge zu verändern, indem Sie zur Wahl gehen, indem Sie anders wählen, indem Sie eine wirkliche Alternative für Deutschland wählen, indem Sie die NPD wählen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Kulke-Augend hier in Frankfurt am Main, direkt vor der Europäischen Zentralbank, direkt vor jenem Symbol, das für die Zahlmeisterrolle der Deutschen in der Europäischen Union steht, für die Zahlmeisterrolle, die über südseuropäischen Breisestaaten in Griechenland, Portugal, Italien und Spanien, jenes Symbol, das wie kein anderes auch gerade hier in Frankfurt am Main für die Herrschaft des Geldes und die Macht des internationalen Kapitals steht. Wir freuen uns auf jeden Fall, hier heute auch bei Ihnen in Friedberg zu sein. Es kann nicht sein, dass wir der Zahlmeister der ganzen Welt sind, Asylanten, die hier ihren Asylantrag stellen und abgelehnt werden, haben umgehend dieses Land zu verlassen und ihre Heimat zurückzukehren. Wir Nationaldemokraten sagen, Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Jeder Ausländer, der in Deutschland einen Arbeitsplatz hat, besitzt einen Arbeitsplatz, der zu allererst Deutschlandsleutern anzubieten ist. Wenn auch Sie wollen, dass sich hier etwas ändert, machen Sie den Wahltag zum Zahltag, wählen Sie die Partei, die Konzeption für deutsche Interessen einsteht. Eine Partei, die sagt, das Brot ist voll. Dieses Land ist nicht das Land der etablierten Politik. Dies ist Ihr Land, dies ist unser Land. Deshalb haben wir es in der Hand, hier einzugreifen und hier zu sagen, nein, so geht es nicht weiter. Hier machen wir nicht mit. Sonntag in einer Woche ist Wahltag, Wahltag ist Zahltag. Deshalb gehen Sie zur Wahl, wählen Sie für den Hessischen Landtag und den Bundestag. Eine echte nationale Opposition für Deutschland, wählen Sie NPD. Wir haben uns gefreut, hier bei Ihnen zu sein. Wir kommen bald wieder. Bis nächsten Sonntag, während wir auch hier in Gießen weiter Wahlkampf machen. Wir sehen uns wieder. Also bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.